Ein moderner Stromversorger liefert viel mehr als nur Elektrizität. Er liefert und empfängt Daten. 100% Ausleseperformance und ein konstant stabiler Datenfluss sind entscheidend, um das gesamte Zukunftspotenzial ausschöpfen zu können. Stabile Kommunikation ist der Schlüssel für eine zuverlässige Auslesung und entscheidend für das tägliche Geschäft. Und es ist das Rückgrat von Funktionen, wie zum Beispiel Upload neuer Firmware oder Abschalten der Stromversorgung. Funktionen, die dem Versorgungsunternehmen helfen, Zeit und Geld zu sparen. Jedoch können Störungen von elektrischen Geräten im Haushalt den Datenfluss beeinträchtigen und die Performance beträchtlich reduzieren. Und mit einer steigenden Anzahl an Geräten wird diese Herausforderung immer größer. Eine weitere ernstzunehmende Gefahr ist das Risiko von Unterbrechungen im Daten- oder Versorgungsnetz. Und nur mit einer stabilen Kommunikation können unsere Städte zu Smart Cities und Versorger effizienter werden. Die Zukunft verlangt nach 100% stabiler Kommunikation. Wie nahe kommen Sie an dieses Ziel heran? Think Performance Think Forward